Wir haben hier im Soda Fresh at Office Aarau Chromwickelstall. Wir haben hier drei Knöpfe. Der ist Ambiente, also gefiltertes Wasser, Kohlesäurewasser und hier ist gekühltes, eiskaltes Wasser. Die Technik ist hier unten montiert. Das ist die ganze Box. Also wir haben sehr viel freier Platz. Das ist der Zylinder, das ist der Filter für die Kaffeemaschine, der hat nichts mit uns zu tun. Und das ist unser Wassergerät. Wenn ich hier den Knopf drücke, ist jetzt eingestellt, den Druck halten und dann läuft das. Und wie schön das läuft. Ohne Spreuzer, ohne Husten, wunderschön läuft das. Als Gerät hört man nicht. Jetzt läuft die Bumpe. Das hört man nicht. Und der Ventilator läuft jetzt. Das ist quasi nütlos. Einfach schön. Sobald. Illinois. Es 같아! Sie, bei der Quadratmeter? Vielen Dank.